In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2017 B2 gelöst hätte. Hier geht es um Raumgeometrie. Wir haben ein Drachenviereck gegeben mit der Schrägbildachse AC. Das heißt AC und Schrägbildachse, das ist das, was wir als erstes zeichnen und zwar im Original mit 12 cm. Dann hat es in der Angabe geheißen, dass K der Schnittpunkt der Diagonalen ist. Das brauchen wir zuerst. Wir müssen zuerst K zeichnen. Der ist nämlich 4 cm von A entfernt. Und daran wird jetzt diese Diagonale, die zweite BD, angetragen. Nur da die nicht mehr auf der Schrägbildachse liegt, muss ich die verzerrt darstellen. Der Zerrungswinkel ist 45 Grad. Das heißt, den trage ich hier an. Und der Zerrungsfaktor Q gleich 0,5 bedeutet, dass aus dieser 10 cm langen Strecke eine 5 cm lange Strecke wird und die noch einmal halbiert wird. Also hier haben wir dann 2,5 cm. So, damit haben wir A, B, C und D, die Grundfläche des Prismas. Aufpassen, hier geht es um ein Prisma. Prisma heißt, es geht gerade nach oben. Steht auch dran, dass es ein gerades Prisma ist. Und eine Sache habe ich ja noch gegeben. AE ist 6 cm und E liegt senkrecht drüber. Das heißt, auch bei allen anderen liegen die Punkte damit drüber senkrecht. Und zwar 6 cm nach oben. Das heißt, überall eine senkrechte zur Schrägbildachse und 6 cm nach oben. Dann erhalte ich meine Punkte E, F, G und H. Und einen Zusatz gab es noch, dass der Punkt L gegeben ist. Das sind gerade die Strecken der Diagonalen nur am oberen Deckel, wenn man das so sagen darf. Also E, G und F, H schneiden sich. Das sind die Diagonalen des selben Drachenviechs, nur eben oben. Und da heißt der Schnittpunkt L. In der ersten Aufgabe, bei 2.1, heißt es jetzt, wir sollen noch den Winkel LCK berechnen. Also ich fahre mal nach. L, C, K. Dieser Winkel soll berechnet werden. Da ist es natürlich geschickt, wenn man sich gedanklich hier diese Strecke mit einzeichnet, also LK. Weil das ist ja quasi, sind beides die Diagonalen-Schnittpunkte. Die müssen senkrecht übereinander liegen. Das heißt, es entsteht hier ein 90-Grad-Winkel. Wenn ich jetzt also quasi diesen Winkel LCK hier berechnen möchte, bin ich doch eigentlich in einem rechtwinkligen Dreieck. Das hier ist die Länge 6 cm, weil beim Prisma ja an jedem Punkt 6 cm nach oben geht. Und welche Größe habe ich noch? Ich habe die Gesamtstrecke AC mit 12 cm, AK mit 4 cm. Das heißt, die Strecke KC, die hier unten, sind 8 cm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann mit dem Tangens diesen Winkel berechnen. Der Tangens von diesem Winkel LCK ist gegen Kathete 6 cm durch an Kathete 12-4 cm, habe ich hier noch dazu geschrieben. Und wenn man das nach LCK auflöst, kommen 36,87 Grad raus. Und das war es bereits bei der Aufgabe 2.1. Bei der Aufgabe 2.2, da sollen wir ein Dreieck zeichnen. Und zwar sollen wir zuerst einmal einen bestimmten Winkel antragen, den Winkel Phi. Den habe ich hier gleich mal eingezeichnet. Und ich habe jetzt hier nicht 78 Grad eingezeichnet, sondern ich habe Phi eingezeichnet. Denn später ist dieser Winkel ja abhängig. Der Punkt P, der läuft quasi auf dieser Strecke LC. Der ist beweglich und ist abhängig von dem Winkel. Das heißt, wir haben hier nur für die Zeichnung 78 Grad für alle weiteren Berechnungen, aber eben nehmen wir den Winkel Phi. Und deswegen trage ich das in meine Zeichnung auch als Phi ein, dass ich mir das nachher dann auch gut vorstellen kann. So, und die Zeichnung ist eigentlich nicht so weiter dramatisch. Einfach hier die 78 Grad antragen. Dann hat man hier den Punkt P. Und dann geht es hier um das gleichschenklige Dreieck mit der Basis BD. Das heißt, die Punkte B und D gehören zu meinem Dreieck und mein Punkt P gehört dazu. Und jetzt lautet noch die Frage, man soll begründen, dass keines der Dreiecke gleichseitig ist. Das ist natürlich etwas schwieriger. Wir haben ein gleichschenkliges Dreieck. Das heißt, wir wissen pauschal, dass PD und PB gleich lang sind. Klar, liegen ja auch direkt hier drüber. Aber jetzt ist die Frage, wann ist das Ganze jetzt noch gleichseitig? Ich habe da einfach mal in die Formelsammlung auf Seite 47 geschaut. Und da steht dran, dass die Höhe im gleichseitigen Dreieck A halbe durch Wurzel 3 ist. Das heißt, diese Strecke KP, was ja hier meine Höhe darstellt, die ich ja hier mit noch dabei habe, die sollte, wenn es gleichseitig sein, gleichzeitig ist A halbe, also die Basis, BD halbe mal Wurzel 3 sein. Also ich habe hier 10 dann eingesetzt. Das ist ja die Strecke BD. Vorsicht, die ist im Original 10. Nur in der Zeichnung ist sie 5. Und dann kommt daraus 8,66 cm. Das heißt, die Strecke KP, also die Höhe KP, müsste 8,66 cm lang sein. So, aber Hmax kann maximal 8 cm sein. Denn wenn mein Punkt P wandert und wandert und wandert und ganz lang wird, dann landet er bei C. Wenn er hier oben bei L landet, sind sie ja maximal 6 cm. Das heißt, es kann sich hier bewegen, wird ein bisschen kleiner. Aber am längsten wird es, wenn es bei C landet. Und 8 cm ist definitiv kleiner als 8,66 cm. Und damit kann die Höhe nie diese 8,66 cm erreichen. Und damit kann es kein gleichseitiges Dreieck geben. Als Tipp, wenn ich nicht genau weiß, wie ich da irgendwas begründen soll, erstmal in die Formelsammlung gucken. In dem Fall war es natürlich hilfreich zu wissen, dass es was mit der Höhe zu tun hat. Denn nichts anderes kann hier gelten. Weil P und K ja mit der Höhe zusammenhängen. Bei der Aufgabe 2,3 geht es darum, die Länge der Strecken KP in Abhängigkeit von Phi zu berechnen. Also, wir haben jetzt KP und man merkt jetzt schon, wir sollen sie in Abhängigkeit von Phi berechnen. Deswegen hat es vorhin keinen Sinn gemacht, 78 Grad an diese Stelle zu schreiben. Was haben wir in diesem Dreieck alles gegeben? Wir haben diesen Winkel hier mit 36,87. Wir haben die Strecke hier mit 8. Und das reicht mir tatsächlich schon aus, um einen Sinussatz aufzustellen. Jetzt muss man halt nur gut aufpassen. Diese Strecke KP zu Sinus von 36,87 Grad ist noch relativ klar. Die zweite Seite, die ich habe, ist 8 cm zu, und jetzt kommt der Winkel hier oben ins Spiel. Den Winkel hier oben haben wir eigentlich gar nicht, aber wir können ihn über Umwegen in Abhängigkeit von Phi ausrechnen. Denn der Winkel hier oben ist 180 Grad minus die 36,87 hier und das Phi. Und so stellt man das Ganze dann dar. Also, man hat quasi eigentlich diesen Winkel da oben nicht gegeben, aber ich kann ihn in Abhängigkeit von Phi darstellen. 8 zu 180 Grad minus 36,87 plus Phi. Das sind gerade die zwei Winkel, die noch übrig sind in diesem Dreieck. Die Innenwinkelsumme im Dreieck gibt ja bekanntlich 180 Grad. Nur, so wie es jetzt dran steht, sind wir noch nicht fertig. Klar, wir bringen jetzt Sinus 36,87 Grad nach rechts mit Mal, dann wandert es hier oben, das gibt gerade die 4,8, die in der Lösung steht. Das hier unten, das kennen wir, das kann man auch anders schreiben. 180 Grad minus einen Winkel, also beim Sinus, ist gerade das Sinus von dem da hinten. Das ist eine Formel, die wir auch in der Formelsammlung haben. Das heißt, wenn 180 Grad minus irgendeinen Winkel bei einem Sinus dran steht, kann ich das 180 Grad minus auch weglassen. Und gerade das hintere hinschreiben. Und somit komme ich genau auf die Formel. Das Wichtige war, dass wir das eben gleich in diesen Ansatz hier so reinschreiben, dass wir eben nicht die Klammer hier auflösen, sondern eben beide voneinander abziehen. Da kann man sich manchmal eben auch an der Lösung orientieren, die drin steht. Gut, damit sind wir aber noch nicht ganz fertig. Jetzt ist nämlich die Frage, wann ist diese Strecke KP minimal? KP ist genau dann minimal, also dieser Wert muss ja irgendwie minimal werden. Der wird dann minimal, wenn der Nenner maximal wird. Also je größer der Nenner, desto kleiner wird doch dieser Wert. Und beim Sinus kann ich ja nämlich genau sagen, wann der Sinus maximal wird, wenn nämlich das hier unten 1 ergibt. Der Sinus wandert ja zwischen minus 1 und 1, also ist das Maximum plus 1. Ich muss also rausfinden, wann mein Nenner 1 wird. Da oben kann ich ja nichts mehr ändern. Gut, und das kann ich jetzt auflösen. Zuerst nehme ich den inversen Sinus und dann bringe ich die 36,87 Grad noch rüber, also mit minus 36,87 Grad und damit erhalte ich einen Winkel Phi mit 53,13 Grad. Also nochmal, wenn ich den minimalen Streckenlänge hier rausfinden will, muss ich immer in den Nenner gucken und schauen, wann wird der Nenner maximal. Wenn ich die maximale Streckenlänge, das wäre hier nicht gegangen, denn hier kann ich ja nicht rausfinden, was der minimalste Wert im Nenner ist. Schauen wir uns die Aufgabe 2,4 an. Da müssen wir jetzt ein Volumen berechnen. Und zwar dieses Volumen von dem Punkt P als Grundfläche A, B, C, D. So, und da ist es jetzt wichtig, dass wir uns noch was dazu ergänzen, nämlich die Höhe. Das Wichtige beim Volumen ist nämlich, dass wir die Grundfläche brauchen mal die Höhe. Und da muss man aufpassen, dass wir eben hier nicht K, P nehmen, denn die Höhe ist immer die senkrechte von der Spitze auf meine Grundfläche runter. Das heißt, es entsteht hier ein neuer Punkt, da muss man aufpassen. Diesen Punkt habe ich jetzt einfach M genannt, weil M noch nicht vorkommt. Ihr dürft es dann da auch so machen. Ihr könnt quasi Punkte benennen, damit ihr nicht hier irgendeinen leeren Punkt benennen müsst. So, die Grundfläche ist relativ einfach. Das ist ein Drachenviehreck. 0,5 mal die eine Diagonale mal die andere Diagonale. Das heißt, ein Drittel für die Pyramide mal Grundfläche mal die Höhe. Das Einzige, was wir hier noch berechnen müssen, ist die Höhe. Das habe ich jetzt ganz einfach gemacht. Dadurch, dass die Höhe ja einen 90 Grad Winkel hat, suche ich mir ein rechtwinkliges Dreieck, wo der Winkel V vorkommt, weil das ja in Abhängigkeit von V berechnet werden soll. Klar ist, dass dann das rechte Dreieck nicht mehr in Frage kommt, aber das hier, das Dreieck KMP, da ist gerade der Winkel V dabei und die Strecke KP, die ich ja in der vorangegangenen Aufgabe berechnet habe. Also, Sinus von V, das ist der einzige Winkel, den ich hier kenne, ist die Gegenkathete PM durch die Hypotenuse KP. Und das löse ich jetzt nach PM auf und setze für KP ein. Das schaut jetzt ein bisschen kompliziert aus. Ich bringe hier quasi mal KP auf die linke Seite und habe dann PM von Phi ist gleich, nämlich das hier und das Ganze einfach mal Sinus 4 aus diesem. Also, nochmal zusammengefasst, ich bringe das KP erstmal bei dem Sinus Phi nach links, dann steht dran Sinus Phi mal KP und KP ist genau das hier, also Sinus Phi mal das hier. Und das habe ich jetzt einfach im Zähler schon zusammengeschrieben. So steht es ja dann auch in der Lösung. Oder nur nicht ganz in der Lösung, das ist ja nur die Strecke PM. Jetzt muss ich das noch mit dem Volumen hier zusammenbringen. Ein Drittel mal 0,5 mal 12 mal 10 gibt gerade 20. Und wenn ich jetzt 20 mal 4,8 rechne, dann komme ich genau auf die 96, die in der Angabe stehen. Nun komme ich zur 2,5. Da setze ich einfach das Volumen, das ich gerade eben berechnet habe, gleich, ist gleich 96. So, und jetzt muss ich diese Gleichung lösen. Ich bringe erstmal Sinus 36,87 Grad plus Phi aus dem Nenner nach rechts mit einer Malaufgabe. Dann steht auf der linken Seite 96 Sinus Phi und rechts steht 96 mal Sinus eben von dem hier. Das heißt, ich kann auf beiden Seiten durch 96 teilen, dann bleibt genau das hier stehen. Und das ist jetzt etwas schwieriger umzuformen, weil ich da keine direkte Vorschrift kenne. Da brauche ich die Additionstheorie mehr. Das heißt doch, wenn ich ein Sinus von einem Winkel und noch einem Winkel habe, dann kann ich Sinus von dem Winkel mal Cosinus von dem Winkel plus Cosinus von dem Winkel mal Sinus von dem Winkel rechnen. Also, das gibt genau aufgelöst dieses Additionstheorem. Jetzt bringe ich quasi meinen Sinus Phi rüber. Das heißt, ich rechne Sinus Phi minus das hier mal Sinus Phi. Wenn ich das in den Taschenrechner eingebe, kommt ja für Cosinus 36,87 Grad ein Wert raus. Das heißt, ich rechne gerade ein Sinus Phi minus 0,8 Sinus Phi. Dann bleibt das hier stehen. Sinus von 36,87 gibt 0,6. Und jetzt habe ich diese Gleichung hier stehen. Ich habe allerdings ein Sinus Phi und ein Cosinus Phi drin. Und da haben wir gelernt, wir bringen das jetzt auf die Form, dass dran steht Sinus Phi durch Cosinus Phi. Das heißt, das Cosinus Phi bringe ich hier rüber und das 0,2 bringe ich hier rüber. Denn jetzt kann ich Sinus Phi durch Cosinus Phi schreiben als Tangens Phi. Und damit ist Phi der Inverse Tangens von 3. 0,6 durch 0,2 gibt Grad 3. Also nochmal, Sinus Phi durch Cosinus Phi wird zu Tangens Phi. Tangens Phi gleich 3 steht dann dran. Und dann kann ich nach Phi auflösen, indem ich Inversen Tangens von 3 nehme. Ich hätte das Ganze aber auch in grafikfähigen Taschenrechner eingeben können. Nämlich hier beim Solver. Ein Solver kann mir die Gleichung auch lösen. Second Function und Solver. Dann kann ich Gleichungen lösen. Da habe ich das einfach jetzt nochmal abgetippt. Also 96 mal Sinus statt Phi gebe ich halt die Variable x hier ein. Also ich nehme halt nicht Phi, sondern x. Und drunter steht ja dann Sinus von eben wieder x plus 36,87 Grad ist gleich 96. Das heißt, ich löse hier die Gleichung gar nicht, sondern ich schreibe sie einfach nur hin. Dann gehe ich durch auf Exe. Dann fragt er mich nach einem Startwert. Hier nimmt man geschickterweise immer einen Wert, der auch definiert ist. Und in unserer Aufgabe war es so, dass der Phi zwischen 0 und 90 Grad ist. Also nehme ich jetzt zum Beispiel halt irgendeinen Startwert 30 Grad. Denn der Taschenrechner macht nichts anderes, als ein Ergebnis irgendwo im definierten Bereich zu suchen. Und wenn ich hier natürlich einen falschen Wert eingebe, dann oder ein Wert, der gar nicht definiert ist, findet er auch keine Lösung oder seltener eine Lösung. So, dann gehe ich auf Exe. Er startet selbstständig die Methode nochmal auf Exe. Und dann steht 71,565 Grad automatisch dran. Und das ist ja genau der Wert, der auch hier durch meine Umformung drankommen ist. Das heißt, mit dem Solver kann ich das Ganze hier auch lösen. Aufgabe 2,6. Da heißt es, man soll begründen, dass die Pyramide ABDP, also gerade von dem linken Dreieck mit der Spitze P und der Pyramide BCDP, also das rechte Dreieck mit der Spitze P, dass die Pyramiden im Verhältnis 1 zu 2 stehen. Was klar ist, beide haben dieselbe Spitze. Das heißt, sie haben beide dieselbe Höhe. Die werden beiden hier senkrecht runtergehen auf ihre Grundfläche. Nicht immer muss ja die Höhe innerhalb der Pyramide liegen, die kann ja auch außerhalb liegen. Das heißt, wenn man sich die Volumenformel einer Pyramide anschaut, die steht ja hier oben nochmal, steht ein Drittel mal Höhe. Das ist bei beiden identisch. Also ein Drittel steht sowieso fürs Volumen und die Höhe ist in dem Fall identisch. Das heißt, die Volumen dieser beiden Pyramiden unterscheiden sich eigentlich nur in den Grundflächen. Also berechne ich doch mal die Grundfläche. Die Grundfläche von ABD, die ist 0,5 mal 10 mal 4, also 0,5 mal Grundlinie mal Höhe. Das Ganze mache ich jetzt auch für BCD. Da ist es 0,5 mal 10 mal 8, denn die Höhe ist jetzt nicht mehr 4, sondern 8 cm. So, und wenn wir jetzt wissen, dass sich die Volumen nur darin unterscheiden, sehe ich doch automatisch, sie unterscheiden sich nur in den Höhen. Und die Höhe von BCD ist doppelt so groß wie die Höhe von ABD. Und damit muss insgesamt das Volumen auch doppelt so groß sein wie das Volumen von dem Flächeninhalt ABD. Das habe ich damit gezeigt. Das war's. So hätte ich die Aufgabe gelöst. Das war's.